Hallihallo, willkommen zurück bei Athena kaputt machen, Hals rumdrehen, Speer durch die Luftröhre jagen und so weiter. Gut. Ja, ich merke schon, meine Anmots werden immer besser. Nein. Gut, äh, was haben wir hier noch? Willst du mir sagen, dass ich hier einfach so lang laufen kann? Kann doch nicht richtig sein, oder? Okay. Einfach so? Ganz neue Möglichkeiten tun sich hier auf. Ach ja? Wollte ich auch gerade sagen, natürlich entkomme ich euch. Pfeilhagel, ist gerade mal einer. Die Pfeile kamen von da. estát Doll. Die Pfeile kamen von da. Die Pfeile kamen von da. Oh. Oh, oh. Ich hoffe, das passt. Was? Oh, meine ich. Ah, das ist jetzt aber auch. Oh, vergessene Schatzkarte. Ah. Okay. Ohne Mist. Ich liebe diese... Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber ich liebe diese... ...diesen Sprengschuss. Also diesen Hochleistungsschuss. Ich liebe den sowas von. Der ist ja so geil. Machen wir lieber so. Weiß doch genau, dass du keine Bäume hochklettern kannst. Lass das doch. So, kann ich jetzt hier auch umschwenken? Ich... Das ist ja saugeil. Das ist ja saugeil. Okay, das macht Laune. Das macht Laune. Jetzt kannst du diese ultrakranken Pfeile nehmen, die sowieso schon... Ja, ultrakrank. Ja, aber jetzt kannst du diese richtig geilen Pfeile nehmen, die sowieso schon richtig coolen Schaden machen. Und dann kannst du die nochmal mit... Was war das? Ein paar hundert Prozent mehr oder sowas? Das ist ja geil. Das ist ja übelst nice. So, jetzt muss ich nochmal hier hochgucken. Es tut mir leid, das habe ich gerade an mich vergessen. Äh... Ach ja, da. Na, fauler Sack. Hängst du ja einfach so rum, ja. Oh. Okay, hier bringt das also anscheinend nichts. Na gut. So. Und dann... Äh... Jo. Durch mit dem spartanischen Pullemarschen. Was? Habe ich das schon erledigt? Ja, nee, das geht jetzt nicht. Äh, das geht jetzt trotzdem nicht. Weil ich muss ja erst das hier unten noch machen. Weil wenn ich das jetzt hier fertig mache, dann geht die bestimmt weg. Na, das machen wir nicht. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. So nicht. So, alles faule Schweine hier drüben. Die einfach nur faul in der Gegend rum. So. Gut. Das war's ähm... Boop, 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 boop. Ja, genau, dahin wollte ich. Ah. Boop. Da bist du ja! Au! Dein Scheitz schnitt er ja! Wahr sein! Jetzt bin ich wieder friedlich. Guckt euch die Sauerei hier an. Mann, 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 Mann. Es ist so geil. Du sprengst die Leute hier einfach weg. Dann haben die ja schon andere umgebracht. Dann kannst du die auch noch looten. Es ist einfach ein Lootfest. Es ist einfach so gut. Oh, ist das gut. Oh. 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 Aber wo ist denn das Alphatier? Da ist kein Alphatier. Oh. 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 Vielleicht hier unten irgendwo? Na. Ähm, okay. Gut. Ähm. Ich glaube, wir haben einfach kein Eifertier gerade hier rumstehen. Uh. Ja, schade. Keine Ahnung, wo das Alphatier hin ist. Aber hier ist es auf jeden Fall nicht. Ist das schon wieder gut? Assassin's Creed ist ein vollkommen bugfreies Spiel. Das erst seit wenigen Monaten oder Tagen eher auf dem Markt ist. Und was trotzdem schon jegliche Bugs, die jemals im Spiel vorhanden waren oder drin gewesen sein werden in Zukunft, schon behoben hat. Es ist wirklich traumhaft. Traumvoll. Traumvoll ist es vielleicht auch. Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Wer seid denn ihr? Äh, ihr seid doch Spartaner. Oder Spartiaten. Vielleicht seid ihr auch Spanner. Weiß es nicht. Ähm, so. So. Da schießt jemand auf uns. Das kommt da drüben. Ja, ja, du hast dich verguckt. Was, die Irokesen, Maria? Meinst du? Meinst du natürlich den Irokesenschnitt? Gibt es wahrscheinlich. Ja, ja. Ach, gut. Na ja. Hm. Ah, es ist schön. Ah, es macht schon Laune. Kann man nichts sagen. Es macht schon Spaß. Geht im Fall. Zwar kommen ein paar Sachen, die nicht ganz so spaßig sind. Aber das hast du überall. So. So. Ist das alles okay? Das ist auch alles okay. Wie sieht es hier aus? Aha. Gut. Die acht Drachen will ich haben. Ja. Ist, äh, nichts. So. Mal jetzt hier irgendwie vielleicht das Alphatier. Oder nicht? Oder doch? Ne. Wir gucken mal noch kurz. Also sowas hier, ne? Das hätte ich eher bei Horizon Zero Dawn oder generell Horizon, ne? Hätte ich sowas eher gesehen. Halb zerstörte Gebäude. Schatten ihrer selbst. Äh, ist schon cool. Na gut. Äh, schade. Kein Alphatier. Äh, sch... Ne, naja. Muss ich dann wohl mal später machen. Äh, da, 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 da. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen... Ich hoffe, ich kann das hier vorher noch machen. Also, die beiden Quests sind ja von dem Tybi. Eigentlich hätte ich gedacht, bei dem, also bei der Quest, dass ich zur Kühler zurück muss. Aber anscheinend nicht. Äh, okay. Also müssen wir, ne? Also müssen wir hier jetzt zu dem, zu dem Tybi gehen. Ähm. Hier aber auch. Und ich hoffe jetzt, dass das Spiel so intelligent ist, dass wenn ich die Quest hier fertig hab, und ich spreche den an, dass ich entweder eine Möglichkeit hab zu wählen, oder er nimmt halt erst die Quest und nicht erst die. Ich hoffe's. Vielleicht ist die Quest aber auch einfach zu Ende. Die untere. Also die Sub-Quests sozusagen. Wäre, wäre auch vollkommen in Ordnung. Also, absolut, ne? Kein, kein Ding. Aber es wäre jetzt echt schade, wenn... auf einmal die eine Quest sich noch abgeben könnte, und die andere wird dann einfach abgebrochen. Oder so. Ah, unser Alpha-Tier ist da. Hatte ich's doch vorhin richtig gesehen, dass es... dass irgendwas am Strand entlang gerannt ist. So, jetzt müssen wir hier kurz nach oben laufen. Bis wir wieder in dem Bereich sind. Ja, und aktualisiert. Sehr schön, haben wir auch das erledigt. Raumhaft. So, ich glaube aber, dass wir das seit Lügen nicht schaffen werden. Bin hier ehrlich. Also, zeitlich. Weil das eine wird ne große Festung sein. Da werden wir nicht einfach so rein dürfen. Und das andere ist das Haus des Anführers. Da werden wir jetzt auch nicht einfach rein dürfen. Ja. Gut. Ähm, dann machen wir Folgendes. Wir gehen einfach mal auf Kaffeefahrt. Ich meine, was will man sonst mit seiner Adraste ja machen, ne? Einfach mal so ein bisschen in der Gegend rumtuckern. Und das ohne Dampf. Macht es trotzdem. So, äh... Ja, ablegen. Setzen wir die Segel! Wohin jetzt, Kapitel? Wir haben Treibgut entdeckt! Segel! Aber Treibgut kann man schon immer mal mitnehmen. Schiffe kaputt zu machen, bringt deutlich mehr, als Treibgut einsammeln. Aber, hey! Geht ja auch mal um Spaß haben, ne? Was haben wir hier? Pff... Ah, gut. Lass uns mal da auf jeden Fall. Was? Stimmt gar nicht. Wir nehmen Kurs auf die. Okay, ich wollte bloß kurz gucken, nicht, dass sie mit dem Wasser kommen. So. Was? Was ist ja nicht der letzte Mal. Stimmt gar vielых어� ёrd, dass sie alle überstehen? Nein! Was ist das? So, komm, 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 komm So Ich mein, Elite-Schiffe mach ich einfach gerne Da ist der Loot ganz nett Das macht auch ein bisschen Spaß Deswegen kann man das mal mitmachen So Meinst du, unser Schiff geht ganz gut ab Oder welches meinst du? Das hat ja auch die anderen meinen, wenn ich will So, weil dann packen wir jetzt vielleicht noch Ach nee, nicht das da an Ich wollte eigentlich, ja, muss Naja gut, jetzt fahren wir einmal hier oben lang Äh, weil wir müssen eigentlich da ganz nach da unten, ne? Hab ich gerade von Basel Was das ja die andere Quest war Moment Äh, die da Ach so, weil es unsers Ja, doch, das, ne? Macht schon einen schlanken Fuß unser Schiff hier Auch was Schaden angeht und so Schon ganz angenehm Könnte manchmal immer noch ein bisschen geiler sein Und noch ein bisschen mehr Ein bisschen mehr Wumms dahinter stecken Aber Ja Kommen wir ja noch hin, ne? Ah, ich freue mich Macht schon Laune Also die Die Seekämpfe sind eigentlich schon ganz cool Kommen wir zu nah am Hafen Was haben wir hier eigentlich? Versunkenes Wrack von Datis Okay Ja, das gucken wir uns schon mal Geht interessant aus So, Moment Es muss ja irgendwo hier sein, ne? Hm? Hm? Neocass auf dem Hof von Elees Am Kindershügel Na, dann ist das doch bestimmt hier drüben Ja Oh Oh, da macht einen schlanken Fuß Macht schneller Macht schneller Ah, das machen wir jetzt noch Haben wir hier wenigstens noch einen Abschluss Ah, schön steht sie da Fünf Silos zerstören Naja Hier werden sie besonders wachsam sein Ei, 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 ei Das wird für unsere Na Für unsere Verfolgungsgeschichte Nicht sehr zuträglich sein Beziehungsweise Sehr, sehr zuträglich sein Kurz gesagt Es wird furchtbar Der Feldherr hat Wachen Aber sie scheinen nicht seinem Schutz zu dienen Hm Na, warte mal Da will ich mal kurz was probieren So, kann ich speichern? Ja Da will ich mal kurz was probieren Moment Ich vermute schon die Vermute, dass ich weiß Was die Was gleich der Punkt sein wird Aber ich würde jetzt mal Versuchen wollen Mit ihm zu quatschen Ich gehe davon aus Dass er dann sagen wird Ah, ich sag gar nichts Solange die da draußen noch warten Und mir an den Kragen wollen Aber ich weiß es nicht Den Göttern sei Dank Die Soldaten dürsten nach Blut Sie wollen meinen Tod Sie sagen, ich sei desertiert Du siehst wie ein Befehlshaber aus Ich erkenne unser Heer nicht wieder Was sie im Namen der Pflicht alles tun Hm Das verstehe ich jetzt gerade nicht Entweder ich bring den jetzt um Oder ich Pack den auf mein Schiff Und dann Das schwächt doch aber die Leute nicht Hm Hm Das verstehe ich jetzt gerade nicht so Ach komm Auf Delos überlebst du nicht lange Ich habe ein Schiff Kannst du mit dem Bogen umgehen? Ich war Bogenschütze Bevor ich befördert wurde Und jetzt bist du wieder Schütze Geh auf mein Schiff Die Adrastea Ein Mann namens Barnabas erwartet dich dort Bei ihm bist du sicher 18% Max-Pfeilschaden 17% Feuerkraft 30% Ausdauergewinn nach Spalten Ah Naja Hm Hm Interessant Wäre doch Ressourcenverschwendung gewesen Naja eigentlich nicht Eigentlich wäre es gut gewesen Wenn ich den umgebracht hätte Weil dann hätte ich Äh Eben Ressourcen bekommen Quasi Und zwar wirklich ganz gute Die man wirklich auch gebrauchen kann Sozusagen Und zwar auch Und zwar auch Und zwar auch Und so, dass er jetzt bei uns ist, so, ja, okay. Aber so richtig viel bringt er uns nicht. Ist halt so das. Das war jetzt aber auch mehr, aber... Das war doch schon nicht mal mehr knapp. Ach, so haben die das gelöst. Jetzt muss ich... Bei der Quest muss ich zu Taletas gehen. Bei dem anderen hieß es zum Polemarchen oder so. So haben die das gelöst. Ja, okay, dann geht das natürlich. Dann kannst du die zwei bestseparat abgeben. Das funktioniert. Wer pfeift denn da? Ich. Komm, komm hoch. Komm, komm, komm. Ja doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das darf. Wer will mich aufhalten? Du? Was ist das für ein Geräusch? Gut. Hätten wir das auch erledigt. Es muss es eigentlich keine mehr geben. So, gut. Dann machen wir jetzt noch hier die ganzen Silos kaputt. Das wird ja zum Glück uns überhaupt keiner übernehmen. Wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, wie jetzt jemand sagen kann, okay, das hast du gemacht. Ich weiß nicht. Natürlich wissen die das nicht, das Wort. Na so, guck, genau, ja, so ungefähr. Hat bisher immer geklappt. So, schön. Gut. Ja, da haben wir diesen Hof dann wohl auch mal erledigt. Ist klar. Ah, traumhaft. Ja, wirst du aber nicht. So einfach ist es. Einfach nicht erwischen lassen. Gut. Ah, traumhaft. Dann haben wir das abgeschlossen. Und hier drüben machen wir jetzt gleich noch, ja, die eine Höhle hier, das wollen wir noch fix. Die Löwenhöhle. Äh, ich weiß bloß gerade nicht, wo der Zugang ist. Wahrscheinlich. Wo ist der Zugang zur Löwenhöhle? Aus heiterem Himmel. Ach, natürlich, klar. Natürlich. Hurlament. Oh. So. Ich liebe dieses Ding Und hier drüben noch Ja, so, also, dann haben wir das geschafft Danach haben wir wieder einiges abzugeben, sozusagen Wobei ich tatsächlich sagen würde Wenn es nach mir geht Aber es geht ja nicht immer nach mir Na, eigentlich schon Also hier zumindest Sonst nicht, aber hier schon Dass wir nämlich hier diese Insel erstmal noch fertig machen Aus dem folgenden einfachen Grund Wir können hier oben diese Quest noch weg machen Und dann haben wir diese Quest fertig Wir haben diese Quest fertig Wir hätten dann diese Quest fertig Und wir hätten eventuell dann diese nur noch übrig Und wer weiß, was sich von hier unten noch so ergibt, sozusagen Von daher würde ich tatsächlich hier erstmal ein Stück weitermachen Also zumindest mit den Quests erstmal Nicht jetzt diese einzelnen Nebenquests hier noch annehmen Das würde ich jetzt gerade erstmal nicht machen Auch hier drüben erstmal nicht M wie Mord Und genau Dann schauen wir da mal weiter, würde ich sagen Hat einen geilen Bogen Der ist auch noch vor uns Einfache Pfeile werden zu Brandpfeilen Ja gut Da bin ich dabei Aber das mache ich dann Okay, aber da weiß ich Bescheid Das ist geil Ja, da haben wir ein bisschen zu tun Gut Also Dementsprechend Vielen Dank fürs Zusehen Macht es gut Und cheerio Ciao